So, auf meiner Brille ist noch immer die Schrift da, aber ich habe die Brille nicht geklaut, I swear. Ich habe nur gelacht, weil meine Zähne jetzt weiß sind. Stark, das hätte ich früher nie getan, verpisst euch. Ich habe nur gelacht, ich habe nur gelacht. So, guten Morgen, Österreich. Ihr wisst, die Show ist in zwei Tagen. Am Donnerstag ist die erste Episode von Don't Be Scheiß und es wird sehr hart. Ich habe euch ja gesagt, 100 Zuschauer können da sein. 30 haben wir schon ausgesucht, die quasi einfach so am Start sind aus den Zuschauerkreisen, die wir ausgesucht haben. 70 fehlen noch. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich die 70 gratis eintreten lasse, kommt jeder asoziale Keck und labert Scheiße und stört die Show. So, deswegen, um das ein bisschen zu filtern, werde ich von diesen 70 Leuten 10 Euro Eintritt nehmen. Aber dafür kriegt ihr eure Getränke ab, eine schöne Show. Es ist ein exklusiver VIP-Kreis. Und ihr meldet euch hier bei Big Plan Agency mit eurem Namen, dass ihr am Start sein wollt. Die Show ist ab 20 Uhr am Donnerstag. Meldet euch. 10 ist vielleicht viel, aber, ja, mein Gott, das schenke ich euch in irgendeinem Video wieder. Und ihr habt, ja, mein Gott, das schenke ich euch in irgendeinem Video.